... und das ist ein Ungefühl, die wir auch. Mach weg! Ich muss ja sagen... Ah, nicht, wie ich ihn gar nicht bin. So, ich bin kaputt. Was ist da? Ich bin vielleicht auf der Kanne. Jürgen, Jürgen. Ja, das ist ja auch nicht voll voll voll. Ja, das war ja nicht voll voll voll. Das war ja nicht voll voll. Elektronisch. Und, aber muss ich jetzt noch aufstehen? War das mal in den Kaufen? Nee, hab ich nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Guck mal, du bist ja. Geil. Komm her, du bist noch aufstehen. Von hier ist noch weg. Geht noch nicht. Und... Warte mal, ist da? Ohhhhhhh. 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 Vielen Dank.